Ich heisse Ruggiero. Ich führe mit meiner Frau Patricia das Hotel Hemitzhäusen zweiter Generation. Wir beherbergen zwischen 15.000 und 18.000 Leute pro Jahr. Zermatt selber ist eine Energiestadt. Das heisst, es ist alles komplett autofrei. Bioabfälle werden in die Biogasanlage gebracht und daraus wird Strom produziert. Also für uns war immer klar, wenn wir umbauen, dann nur nachhaltig. Nun sind wir auf das Thema gekommen, wie kriegen wir eine nachhaltige Kaffeemaschine in die Zimmer und so sind wir auf Coffee-Bee gestossen. Es gibt sehr wenig Abfall, die Kapseln sind kompostierbar und am Schluss freuen sich unsere Rosen auch noch. Vom Geschmack her finden unsere Gäste die Coffee-Bee-Maschinen sehr gut. Wir haben nur Positives gehört. Mit der Umstellung von den normalen Kaffeemaschinen zu den nachhaltigen Coffee-Bee-Maschinen können wir wirklich sagen, dass die Coffee-Bee-Maschinen tiptop mithält.